Okay, da sind wir wieder. Vorsichtig. Was erwartet uns da, Nulling? Oh, 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 es sind diese Steine, die ich nicht mag. Die irgendwie einem Igel gleichen. Nein! Egal, ich lass mich mal hier verletzen von den Viechern. Ah, Link, nicht anvisieren. Haha, jetzt kriegen die uns nicht, wa? Oder können die Viecher auch schwimmen? Ach du Scheiße, die Viecher können ja auch schwimmen. Link, nicht anvisieren, du... Link, warum bist du so ein Volltrottel? Geht doch. Oh Gott. Okay. Okay, jetzt geht's aber zum Endgegner. Ich glaube, ich muss erst mal ganz nach oben, oder? Natürlich muss ich das. Oh man. Oh man. Okay. Wie komme ich jetzt noch mal ganz nach oben? Kann ich mich nicht einfach irgendwo hochschießen? Aus. Würde sogar klappen, wäre da ein Boden. Da geht's nicht. Ach du! Ich hasse euch verkackten Scheißviecher. Oh, aber cool. Herzchen. Die mag ich. Ah. Und ich höre schon wieder ein Vieh hier heranspringen. Da, genau da hoch muss ich. Nicht gut. Da muss ich hoch. Scheiße. Komme ich hier eigentlich nicht hoch, wenn ich da irgendwie was anfeuere? Oh, ich bin so cool. Oh, oh, oh. Ich bin so cool. Ich bin so cool. Oh Gott. Link kommt mir manchmal irgendwie ein bisschen wie so ein Angeber rüber. Wow. Zum Glück bin ich hier nochmal reingegangen. Oh Gott. Ups. Jetzt kriege ich das Teil bestimmt nicht. Warum auch? Nein. Oh, cool. Okay. Höher geht's hier wohl nicht, oder? Oder? Oh. Nein. Höher geht's nicht, glaube ich. Oh, Mann. Mal kurz nachsehen. Also, das, das Teil. Dann muss ich genau da lang. Nein, 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 nein. Doch nicht, doch nicht, doch nicht. Dann muss ich genau da lang, glaube ich jedenfalls. Hoffe ich. Hoffe ich. Nicht, dass das jetzt falsch ist. Und war's richtig? Ich weiß es nicht. Sieht aber nicht so aus. Ne, war falsch. Jeha. Oh, Mann. Ich muss mal hier wieder ordentlich in Stimmung kommen. Aber dieser Dungeon, der... Der ist nicht gerade so, so, so... Lustig. So. Apropos, wie viele Zelda-Teile habe ich jetzt gemacht? Ich glaube, ich bin über die 100 gekommen, oder? Könnte es sein, dass dieser Teil hier gerade mein 100 da ist? Ich weiß nicht. Wow. Ach du! Arschloch. Okay. Und es geht hoch, hoch, hoch. Einfach hoch, hoch, hoch. Okay. Cool. Mal einfach so, weil ich's kann, werde ich hier mal einen kleinen Speicherstand machen. Spielstand speichern. Und einfach so, weil ich bestimmt gleich wieder vorbeispringe. Oh, doch nicht. Cool. Cool. Denn ich weiß jetzt nicht, muss ich das Wasser aktivieren, oder? Ich glaube, das ist eigentlich... Ja, ich muss es aktivieren. Oh, ich bin so gut. Spielstand laden. Und... Genau, hier geht's dann weiter. Genau deswegen habe ich gespeichert. Flups. Okay. Und das Spielen geht auch erfolgreich. So, im nächsten Teil werden wir auf jeden Fall schon gegen den Boss hier kämpfen. Hoffe ich. Oh. Nein. Ach, verdammt. Na? Na? Geht doch. Oh. Ups. Und ne Fee, ne Fee, ne Fee, ne Fee. Na los. Ach, deck mich doch. Oh, was seid ihr für dumme Feen? Geht doch. Oh. Ah, hier rutscht man ja. Ziemlich cleveres... System. Na gut, irgendwie nicht, aber egal. Nein. Ah, ich glaub... Nein, nicht. Obwohl. Ah, nein. Nein. So. Man kann's hier mal versuchen. Natürlich geht das auch nicht. Warum geht der Scheiß hier nicht. Ach, man darf hier nicht loslassen. Scheiße. Ah. Nein. Ja. Wow. Cool. Okay. Äh. Ich hab zwar noch ein paar Minütchen hier, aber ich möchte gerne den ganzen Bosskampf in einem Teil haben. Oder in zwei. Keine Ahnung, wie lange der Boss hier dauert. Aber wir sehen uns im nächsten Teil. Da-da-da.